Auch bei ihm ist der Druck spürbar. Seit einigen Jahren ist Antonio Young festes Ensemble-Mitglied am Staatstheater in Nürnberg. Er kennt die Oper, das Orchester und doch ist von Heimspiel wenig zu spüren. Die Atmosphäre ist ganz anders. Nach dem Wettbewerb kann man auch wissen, ob ich nach Heim gehe oder immer weiter bleibe. Aber die Oper ist nicht so. Auf der Bühne passiert immer nicht gut, manchmal gut, manchmal sehr schön. Aber Wettbewerb muss man von Anfang bis Ende in sehr guter Kondition bleiben. Deswegen mehr anstrengen, mehr nervös.